Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, RohstoffTV heute für Sie. Die perfekte Option für einen steigenden Goldpreis, Gold Mining, hat uns hier etwas angetan. Gold Mining ist ein börsennotierendes Explorationsunternehmen mit einer Pipeline an Gold- und Kupferprojekten. Das Unternehmen hat bereits 10,5 Millionen Unzen gemessene und angezeigte Goldressourcen sowie 12,4 Millionen Unzen abgeleitete Ressourcen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent verteilt. Als netter Bonus kommen zusätzlich 1,1 Milliarden Pfund gemessene und angezeigte Kupferressourcen sowie 850 Millionen Pfund abgeleitete Kupferressourcen hinzu. Ein echter Joker ist das 25-prozentige Joint Venture mit Urano im RIA-Uran-Projekt. Die Goldproduzenten weltweit stehen vor immer größeren Herausforderungen bei der Suche nach Vorkommen und dem Ersatz ihrer produzierten Unzen. Großentdeckungen wurden in den letzten Jahren immer schwieriger und die Reserven der großen Goldfirmen sind seit 2012 um 26% gesunken. Diese sind nun sogar unter das Niveau von 2007 gefallen. Gold Mining nutzte den Abschwung und tätigte in den letzten fünf Jahren sieben Übernahmen nahe dem Tiefpunkt des Goldzyklus. Das Unternehmen hat immer noch keine Schulden, nur 137 Millionen Aktien im Umlauf. Insider halten 41% der Titel und über 8 Millionen kanadische Dollar Warnmittel. Zwei Analysten geben dem Unternehmen Kaufempfehlungen mit Kurszielen von 4 bis 5 kanadische Dollar. Alle Projekte liegen in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen. Das ein weitest fortgeschrittene brasilianische Projekt ist Sao Jorge. Das Projekt stellt eine zügige Produktionsoption dar, wenn klar ist, dass wir einen neuen Gold-Bullenmarkt sehen. Gold Mining verfügt neben diesen drei Lagerstätten, die sich an der Westzelle der Casioera Gia Zone befinden, über eine Vielzahl von Explorationsaktivitäten mit bisher 285 Bohrungen über 31.000 Meter Länge. Die offenen, down-tipped Lagerstätten besitzen hohes Potenzial für Neuentdeckungen. In Kolumbien besitzt das Unternehmen zwei Projekte namens Titi Rebi und Lamina, die Gold-, Kupfer-Porphüre- und epithermale Gold-Lagerstätten darstellen. Bisher wurden 371.000 Meter in 376 Bohrungen gebohrt und die Projekte haben keine Lizenzgebühren und eine große Ressource von 7,2 Millionen Unzen Gold-Aquivalent. In Peru besitzt Gold Mining das Cusero-Projekt und in Kanada das Yellow-Life-Gold-Projekt, das sich neben den Terra-X-Projekten befindet. Über 60 Millionen Dollar wurden für Erkundungslage und Untertagearbeiten mit über 231.000 Meter Bohrungen bisher ausgegeben. Der Bluefish Hydrodam ist bei einer neuen Minenentwicklung erweiterbar. Zu guter Letzt gehört der Firma das Whistler-Projekt in Alaska, das man ein wenig mit dem riesigen Pebble-Projekt am Anfangsstadium vergleichen kann, aber durchaus auch mit dessen Geologie. All diese Projekte lassen Gold Mining als eine perfekte Kaufoption auf einen steigenden Goldpreis erscheinen, da diese Vermögenswerte natürlich deutlich stärken werden, wenn Gold über 1.500 Dollar geht. Kein Wunder, dass die Analysten ein so hohes Potenzial im Aktienkurs sehen. Vielleicht werfen Sie mal einen Blick auf das Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss aus der Schweiz.